Schalter scheint hier nicht zu sein Okay, da der Raum ziemlich sinnlos aussieht, nehme ich mal an, dass ich die Fallen vielleicht löschen muss Ist ja auch nicht so weit zum Brunnen, aber es ist okay So hast du jetzt? 38,9 von 39, ich glaube 3 Wasser reichen, bin mir sicher, ich glaube die reichen Was ich habe, dass es überhaupt was bringt So, die Flammen sind gelöscht Gebracht hat mir das Nichts Wobei man hört hier Gegner irgendwie Zumindest brummt das, wahrscheinlich hier hinter der Wand oder so Ich sehe da auch, es sind drei Dinger Ich habe nur noch, ah, ich habe nur noch zwei angeguckt Und hier ist noch mal ein Kristall durch Sehr schön Abschlussierer damit Oh Die erschrecken einen teilweise auch, ne? Die jetzt gerade keiner getroffen hat Und Melters war wieder zu langsam für alles Man erschreckt auch schon ganz schön, wenn jetzt die Menge an Gegner hier da sind Ja, aber im Grunde genommen Wenn da halt die meisten einfach nur die kleinen Viecher sind Dann ist das halt auch nur halb so schlimm, finde ich Das ist auch interessant, wie viele verschiedene Krankheiten, nenn ich es mal, oder Statuseffekte, wie man es sieht Das ist auch, wenn man es auch nennen könnte Äh, so ein Vieh verursachen kann Okay, das war knapp Okay, hinterher Gerade hier ist schon einmal vorrückgerückt Kann ich vielleicht Nee, kann ich nicht mehr Ich habe das Gefühl, ich kriege den nicht mehr ein Ich weiß nicht, wie ich darauf kommen könnte Ich würde ja gerne da, äh, äh, schon Und ein weiter Ähm Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann ihn nicht mehr Nee, nee, das wird nix So, dann, ähm, würde ich sagen Ich speichere kurz Auch wenn, ähm, Tom krank ist So, dann können wir ja weitermachen Wie wir gerade gehört haben Muss Tom schnellstens zum Doktor Und ich wollte wieder mit VASD, äh, 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 steuern Das ist natürlich auch etwas, was man in einem, äh, theoretischen Remaster Oder Remake, äh, natürlich auch machen könnte Da wird keiner mehr mit den Falltasten, äh, tatsächlich, äh, die Charaktere steuern So, wir wollen natürlich nicht, dass Tom jetzt, äh, äh, seine Attribute verliert Deswegen ganz schnell, ganz schnell so Dok Was mir natürlich jetzt, äh, nicht, äh, sehr klar war anhand, äh, allein der Spiele, äh, beschreibung Da statt halt Er wurde dauerhaft schwächer Inwiefern er schwächer wurde, wussten wir nicht Und, konnte mir halt auch nicht so einsehen, als sei denn, wir sind halt richtig, äh, äh, drin, wieviel Attribute jemand gerade hat Aber an und für sich eine nette, ähm, Krankheit Man müsste halt, äh, hier irgendwie, irgendwie so hier rüberhagern können Und dann so eine kleine Infobox, krank, mach dies und das machen Und dann wüsste man natürlich, dass es dringend ist, dass man abhaut So habe ich das nicht gewusst So habe ich das nicht gewusst So, wunderbar Keiner von euch kriegt Verfluchte mir hergestellt Doch, ich habe eine in der Tasche War nur nicht so dumm, ihn anzulenken Beziehungsweise war ich schon, aber ich habe neu geladen Weil ich mich nicht bewegen konnte Er kann nicht mit ihm reden, natürlich nicht Können wir wieder runterhalten, nehme ich mal an Er ärgert mich halt ein bisschen, dass wir jetzt hier einen Haufen Dinger haben Die sie nicht lernen kann Die ist Level 8 Natürlich theoretisch hätte ich jetzt auch, ähm, mal schnell nochmal durch die erste Insel rushen können Und dann, indem ich einen alten Safe öffne Weil wir waren am Anfang des Trees ja tatsächlich am Anfang der Insel erst Und dann können wir uns, wenn man halt nicht alles vorliest Geht das natürlich auch alles schneller durchzuklicken Nur, ähm, ja, das wäre jetzt aber auch ein bisschen doof Und irgendwann kommt man ja wieder zu jemanden Bei dem sie lernen kann, hoffe ich So, ab zum Brunnen wieder Ja, aber die Grafik ist auf jeden Fall sehr schön in diesem Spiel Die Sprites, die sind schon sehr hochqualitativ So, dann sind wir wieder hier und können, ähm, ja, weitergehen Da haben wir geguckt Hier sind Fallen Und rechts haben wir noch nicht geguckt Ich glaube, das sind Gegner, die wir in einem anderen Safe besiegt haben hier, ne Oder? Ne Schauen wir doch nicht Obwohl, doch, wir waren da im Raum gewesen, ne Feuerspad Feuerspad Tov, dass man jetzt nicht sehen kann, welcher Kristalldurch das ist, vor den Kristalldurchen. So, einer weniger, zwei weniger, sehr schön. Der Kier muss natürlich jetzt noch mal ein bisschen... ...meldt hast du halt wirklich der Langsamste in der ganzen Gruppe umreden. Das macht nichts. Der ist jetzt down und jetzt können wir uns auf die anderen beiden konzentrieren. Und was hat er denn? Vergiftet, vergiftet ist okay. Er kann sich in zwei Felder bewegen. Wir schützen ja mal ein bisschen unseren reiner... Tom hat Stufe 12 erreicht, sehr schön. Das war dieser Raum mit den schönen Dingern, wo nichts drin war. Okay, speichern wir mal kurz. Immer schön, wenn man einen Eimer Wasser dabei hat. Und wir werden angegriffen für eine größere Gruppe. Wobei er bewegt sich ja eh nicht. Ich kann mich also ähm... Unterstützt er mal. So. 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 So, der gefährlichste ist erstmal da oben, jetzt kommen die zweitgefährlichsten. So, der gefährlichste ist, dass der gefährlichste ist, dass der gefährlichste ist. So, der gefährlichste ist, dass der gefährlichste ist, dass der gefährlichste ist. So, 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 der gefährlichste ist, dass der gefährlichste ist, dass der gefährlichste ist. So, der gefährlichste ist, dass der gefährlichste ist. So, der gefährlichste ist, dass der gefährlichste ist. auch muss ich hier lernen wir noch mal neu ich habe eh gleich game over sonst beim ersten mal tut es wie weit sie verschieben alles um ein das heißt ich muss nur 1 2 3 4 5 6 7 mal 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 9 10 11 10 10 11 11 15 15 15 14 15 15 3 4 5 6 noch zwei noch zwei ich gehe mal kurz hier rein und speichern kurz damit wir nicht noch mal alle von den flammen machen müssen so noch einmal noch einmal wunderbar wir haben alle aber die eine flamme bleibt das gerade stehen ist die karte in den gang verschwunden in den ich rein will anyway wir sind an den flammen vorbei safen definitiv safen das ist ein fieses rätsel ich meine das rätsel selbst ist nicht schwer gewesen aber es hat gemein gewesen ok da ist ein loch brauche ich jetzt endlich ein fucking seil dieses schloss kann nicht geknackt werden oder anders gesagt entwickler will du willst was sollst was anders tun ich gehe beide jetzt nicht nein weil du nicht dann bei der zeit was halt bullshit ist dass man die nicht einfach knacken kann weil er steht halt kann ich geknackt werden nicht dass ich zu niedrig bin habe ich jetzt einfach mal neugeladen flamme lasst mich ich weiß nicht was die bodenplatte bewirkt weil die flammen scheinen ja auch nicht zu erlöschen dadurch oder sowas sein ich mache die so oft wie ich sie aber jetzt scheint hier noch alles wo sind nur vier ne wir haben vier guck ich rein lass mich ja es bleiben vier ok hätte sein können dass sie jetzt erlöschen dadurch gut dann gehen wir nach oben gehen wir nach oben und kaufen uns ein seil zurück und heilen reiner dabei sind wir haben noch zwei eimer ich glaube die restlichen eimer die restlichen eimer können auch weg so das erste mal dass wir ein anwendungsbeispiel für ein seil haben in diesem spiel so 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 Wer schließt eigentlich einmal meine Türen, was soll das? Wo ich ein bisschen Angst vor habe, ist, dass Sira ihre Samen aufbraucht, aber wenn das so ist, dann ist das so. Erstmal halten wir Reiner, bevor er abkratzt von Gift. So, gut, jetzt brauchen wir ein Seil, also müssen wir wieder ins Dorf und gucken, wo wir unsere Seile abgegeben haben. Erstmal speichern. Ich hoffe natürlich, dass es mir reicht, im ersten Dorf zu sein. Ansonsten wäre es schwierig. Da haben wir uns ein Seil. Wir können uns mal unser Loot verkaufen. Immerhin, immerhin. Ich glaube, sonst brauchen wir gerade noch nichts. Außer halt, dass die Magier mal ein bisschen was lernen können. Aber es wird wohl scheinbar noch ein bisschen dauern. Ein bisschen Paar sei da, glaube ich, beruhigt, ne? Ja, ein Paar war es dieses Wortes. Ich bin ein Seil. Ich bin ein Seil. Was mir am meisten Sorgen, weil ich den Gedankengang vorhin schon ein bisschen hatte, was mir am meisten Sorgen machen will bei einem Remake wäre, wie würde es mir in Ansicht gelaufen? Wäre es so modern Assassin's Creed mäßig Third Person hinter dem Rücken? Oder würden die Ansichten vom Spiel, die Ich-Perspektive und die Top-Down, dann wäre es sinnvoll, die beizubehalten. So was wie Scheitere jetzt zum Beispiel haben wir hier ja auch schon, dass sie in der Ich-Perspektive sind, wo man nicht so gut sieht. Da würde es nicht so viel schlimmer werden, wenn die Leute halt in Third Person sein würden. So, hier runter. Und ne, ne? Ah, doch. Die Flamme sind weg. Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon, die Wand ist wieder da, aber nein, die Wand ist nicht wieder da. Ne, ist eine gute Sache. Trio benutzt ein Seil, um sich in die Tiefe zu lassen. Die anderen folgen ihnen. Weil Türen waren zu. So, wie haben wir eine Tür? Brauchen wir echt nochmal ein Seil, um wieder hochzukommen? Ne. Wir brauchen nur ein Seil, schambar. Sehr gut. Wollte ich gerade schon sagen, das, dann kommen wir auch mal mit zwei nicht hin, wenn das verbraucht worden wäre. Wir haben hier interessante Ornamente oben dran, die ich nicht angucken kann. Und man kann hier wieder hoch. Okay, wir sind hinter einer der verschlossenen Türen. Die lassen sich also nur von einer Seite öffnen. Oder auch nicht. Also ist das für später ein Rückweg. Nehme ich mal an. Ich finde verdächtig, dass manche von ihnen werden diese Totenschädel haben und manche nicht. Ich höre natürlich Monster. Okay, die hängen minimal fest. Okay, ich gehe da mal. Okay, von denen habe ich heute noch Albträume. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns mit den Viechern gleich anlegen. Ich weiß nicht, wie ich drauf kommen könnte. Dann scheitere ich auch nicht. Das sehe ich aber auch nicht. Es sei denn die Dinger doch irgendwie anklicken, aber ne. Ich suche gerade nach einem Schalter. Das Loch greifen kann ich auch nicht. Ich kann doch nach oben und unten gucken. Okay. Gucken wir uns mal den Boden an. Zehn Stunden im Spiel erstmal Spielefeatures finden. Aber bis auf diese nicht anklickbaren Totenschädel sehe ich bis jetzt nicht viel an der Decke. Okay, dann muss ich wahrscheinlich den da angreifen. Diese Kreatur hinter der grünen Wand. Bei ihrem Anblick bricht mir der kalte Schweiß aus. Es ist als ob alte, längst vergessen geglaubte Ängste wiederkehren. Das ist ein Dämon, eine magische Kreatur, ein Symbol der Angst. Ich merke schon. Aber ich sehe jetzt gerade nicht, wie wir hier weiterkommen. Das ist ein Special. Und hinter der grünen Wand ist eine offene Kiste. Krümpel? Also das ist dieses Krümpel gewesen. Ja, ich denke, wir müssen uns erstmal mal umschauen. Gucke ich mal, ob ich von der Seite irgendwas machen kann. Wir sehen aber auch keine Schalter. Probieren wir trotzdem mal. Einen können wir ja verbrauchen. Nein. Das ist schlecht. Na gut. Zoom-Säulen sind auch nicht wichtig scheinbar. Bei mir war die ganze Zeit so, als ob man hoch und runter gucken konnte. Aber ich wusste nicht mehr, wie. Na gut. Einfach am Rand klicken. Normal, ne? Ah, vielleicht hat der Schalter hier oben unten was bewirkt. Das wird... Ach so, der hat bestimmt die grüne Wand auf und zu gemacht. Ja, das wird es dann. Das speichern wir aber, weil das wird wahrscheinlich kein leichter Gegner zu werden. Das ist aber auch noch zu. Der Schalter hat nichts bewirkt. Das wird jetzt nichts, was ich jetzt gerade offenkundig sehen würde. Hier ist auch nichts weiter. Das ist immer noch da. Die Tür sind immer noch zu. Ich bin ganz ehrlich, ihr wüsstet ihr jetzt nicht, was ich tun soll. Die Bodenplatte hat scheinbar keine Funktion. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich damals da auch die Lösung zu Rate gezogen habe. So, hier hinter den grünen ist tatsächlich ein Schalter, den ich noch nicht gedrückt habe. Okay. Dann speichern wir nochmal. Und drücken den Schalter. In der Hoffnung, dass wir das überleben, natürlich. Okay, die Fallen scheinen nicht... Äh... Die Flammenfallenschein nicht mehr zu kommen. Ist natürlich angenehm. Das Geräusch aufeinander und die Steine kamen von der östlichen Seite des Raums. Okay. Ah, ein Geheimgang. Und eine Kiste. Ähnlich etwas, was wir wieder knacken können. Hoffentlich. Sonnendulch. Helm mit Kristall. Das sollten wir vielleicht erstmal untersuchen lassen. Gut, jetzt haben wir einen Geheimgang geöffnet, aber wir sind ja trotzdem nicht weitergekommen. So, das war auch der einzige Schalter. Das heißt, wir müssen noch 1, 2, 3, 4, 6 Mal. 1, 2, 3... Okay, wir sind ein bisschen viel drüber gelatscht. So. Hast du jetzt eine Funktion? Nicht, dass ich es sehen würde. Spannern wir nochmal. Und... Äh... Wenn unten wieder nichts ist, können wir ja erstmal die Gegenstände identifizieren. Okay. Wir können einfach runterfallen. Okay. So, das ist noch da. Hier ist noch alles da. Hier ist noch alles da. Ja, wir auch. Ich sehe auch keinen Schalter im Gitter-Bereich. Ich sehe nur, wie sie wie blöde dagegen fliegen. Okay, das ist bestimmt ein ganz dämlicher Grund. Und da man auch runterfallen kann, frage ich mich natürlich gerade, äh, 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 die werden ja wohl kein Softlock hier rein gemacht haben, dass man, wenn man runterfährt, nicht mehr rauskommt. Hier haben wir tatsächlich, also das ist die Tür, die jetzt zurückfährt, ich wollte gerade sagen, hier haben wir eine Stelle, aber nein, haben wir nicht. Oh, come on. So. Gehen wir nach oben, beziehungsweise ich gucke hier kurz noch. Weil ich glaube nicht, dass ich hier was verpasst habe. Ähm, wir gehen nach oben und dann gucke ich, äh, wahrscheinlich einmal in die Lösung, weil... Ich habe jetzt ein bisschen geguckt und habe nicht wirklich was rausgefunden, was ich da falsch gemacht habe. Ich kann hier auch noch nicht ziehen, wollen ich sowieso nicht ziehen. Ist natürlich ein kleines bisschen ärgerlich, aber... Ich nehme mal halt stark an, so von der Art her, ich hätte es damals auch in die Lösung geschaut. Ich habe ja, mir die Bestseller Games geholt damals, wo die auf CD war. Auf der offiziellen Webseite gab es auch eine Lösung damals. Ich nehme mal an, es hätte wahrscheinlich auch noch andere Arten von Lösungsbüchern gegeben. Also will ich auf der auf programmiert werden. Ok, jetzt haben wir die Infos von den beiden Blendstrahl ohne Aufladung, 10 Damage, 11 Damage Welcher von denen hat keine Aufladung mehr, der hat 2 Aufladungen noch, der ist unbekannt Da wir, da ich weiß, dass einer von denen keine Aufladung mehr hatte, nehmen wir einfach mal Melders Auch alle noch Rationen Magieresistenz plus 25 Schütz 15 Ja Nehmen wir aber sie, weil sie kann keine großen Helm tragen und Dria kann ja theoretisch Kriegerklamotten tragen Das hat ja weniger Damage gemacht So Wobei wir wechseln wahrscheinlich lieber nicht mit ihm, sondern mit ihm hier So 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 und hier ist auch noch kein licht nötig weil wir mit einer katze unterwegs sind und ungefähr wissen wo wir landen müssen wobei die sichtweite gefühlt niedriger ist als in dem anderen dungeon bei dem vorherigen dungeon so hier können wir rasten und speichern habe ich gespeichert ich bin mir sicher ob das gespeichert ist ja das ist danach speichern aus der cd so und erst mal wackeln wir nicht lange oder besiegen wir die viecher so dumm hätte man halt echt einfach probieren müssen und dann hätte man es gehabt ärgerlich ärgerlich dass ich dafür jetzt in die lösung gucken musste mein mann aber ich mir jetzt auch sparen weil wir das albtraum vier hinter der grünen tür haben das vergift er ist vergiftet ich habe auch gerade selbst in der alten lösung von 1996 hatte ich gelesen dass dass die gegner teilweise über überstrieben schwer sind bis jetzt finde ich das halt gar nicht das ist halt so manche ecken soll es halt noch nicht hingehen und sowas mit stufe 7 sehr schön die die wo Vielen Dank.